hallo leute herzlich willkommen zurück hier bei cities sky lines ich war dabei eine das hat nicht funktioniert eine straßenbahnlinie zu machen und zwar irgendwie von der brücke abgehend funktioniert hier mal gar nicht ich will doch nur hier ein straßenbahngleis von hier abgehen kann es denn so schwer sein das geht nicht ich habe doch gerade hier schon was angekriegt aber macht doch nicht so einen riesen hohen winkel bleibt doch einfach auf der gleichen ebene gefälle zu steil ja das fragt doch keiner nach sowas so pass auf wir ziehen das einfach kurz ein stückchen weiter dass ich ansetzen kann wo ich gerne möchte und zwar direkt hier hinter ohne anergie klappt das nein das klappt natürlich nicht ohne anergie darf ich nicht so nah daran bauen ok pass auf wann ist das hier jetzt auf der richtigen höhe einfach auf der gleichen höhe so die fährt jetzt einfach hier so nebenher bleibt auf der höhe man kann sich ja dann eigentlich hier irgendwie vorne wieder angliedern da wo fährt die dann weiter lang durch die mitte habe ich gesagt ja mit zumindest ganz hübsch so und dann da mit ran ich wusste dass das nicht funktioniert so pass auf wir machen das wie folgt fangen hier einfach mal an wenn ich jetzt den hier oh der muss ja dünn sein so hier so hier dann hat er die schienen da auch tatsächlich lang geballert also dann kann die bahn also da 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 das kann ich nur so also das können wir weg jetzt kann ich nur hier nicht rüber und an der stelle muss es dann halt mal warum auch immer das nur vier spurig gibt und nicht mehr so brüssel müssten dann hat mal kurz sie haben nicht ihre eigene linie obwohl man ja auch einfach bus linie schon hier abtrennen könnte da ist das nämlich überhaupt gar kein problem und man wundert sich immer warum ich so lange brauche ich denke mir auch immer man schaffe ich eigentlich nichts aber ich habe halt nicht den einfachsten baustil meine ich und dass ich sowas wie einer ski überhaupt benutze das macht es halt auch nicht einfacher so machen wir es hier ja machen wir es hier ähnlich die nacht geht doch einfach gerade daran dann scheint doch noch ein bisschen weiter weg vielleicht schon alles so krumm und schief immer meine güte komm macht doch hier einfach den und den hier so Busse können hier rein ding 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 straßen mal kommen wir lang ding 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 brauchen sich überhaupt nicht im weg stehen so hier ich fand auch geil das ist was mir aufgefallen ist irgendwie was ist hier ja ne hier muss ja gar keine ampel sein aber die busse die nur geradeaus fahren können die können einfach so fahren wann sie wollen also eigentlich gehört hier auch eine ampel hin gucken dann mal ob das so auch läuft das sollte so auch laufen weil eigentlich braucht man ampel nicht unbedingt die hier können auch einfach rauf fahren die straßen wann sie gerade bock haben und das ist ja auch ganz ganz falsch gibt sie nicht als vielspurig einbahnstraße in die richtung wir brauchen ja die andere linie in die richtung hier gar nicht da kann ja sowieso keiner lang fahren also eigentlich reicht das ja so jetzt ist es halt nur ganz schön dünne wir gucken mal wie es wird vielleicht ist er irgendwann überlastet der kreisverkehr dann müssen wir da nochmal anpacken aber jetzt erstmal sollte das hier reichen so das heißt die straßenbahn kann hier lang fährt hier einmal durch die mitte durch und jetzt können wir hier weitermachen und zwar mit dem hier eigentlich so eine fährt hier lang glaub wir sollten investieren die hier die straßen dick machen wird das hier überhaupt guck wie er das verkackt dann das zoning wow ich bin überrascht ja ich konnte das überall machen ohne dass alles kaputt geht was ist hier das problem ich glaube das fängt sich gleich wieder weil da die bus verbindung war so in die eine richtung haben wir es schon mal jetzt will ich hier mal kurz die zonen nachfliegen ist ja alles kaputt da nicht da 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 und hier ist auch alles im Arsch so oh da na bitte Straßenbahn fährt 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 kann hier nach rechts müssen wir natürlich auf der anderen Seite Wenn die von hier kommt, muss die irgendwie hier unten durch. Das müsst ihr dann reichen, wenn wir den hier machen. Ja, wo das hier mit dem nach rechts ab und links abbiegen ist natürlich der Blitzinn. Und dann Einbahnstraße hier. Kann ich mit diesem geilen Richtungspfeil gedöhnt, kann ich nicht sagen, dass Straßenbahnen auch nur geradeaus fahren und nicht nach links. Schade. Aber sowas hier, warum sollte der nicht auch geradeaus dürfen? Ich weiß geradeaus, das zählt anscheinend nicht da geradeaus, sondern das ist für die rechts. Die fahren einfach wie sie wollen an der Stelle. Ja, wie gesagt, also das ist ein bisschen suboptimal. Ich weiß hier nicht, was hier da von links, rechts und geradeaus sein soll. Man muss da halt mal gucken, wo sie langfahren, wenn man alles ausstellt und dann einzelne Sachen anstellt. Gut. Aber wir brauchen natürlich auch noch hier so ein Straßenbahndepot. Was die Straßenbahn dann überhaupt erst rausschicken kann. Und es passt sogar voll gut hier hin. Ich habe das Gefühl, irgendwann wird es hier voll überlastet sein, weil von hier alle Straßenbahnen für die ganze Stadt geschickt werden und hier eine zweispurige Einbahnstraße ist. Gut, jetzt dürfen wir zumindest eine solche Linie hier auch mal setzen. Dann machen wir die erste Haltestelle hier. Dann fällt er hier hin, hat hier eine Haltestelle. Und hier am Ende noch eine. Hier. Dann hier auf der Bushöhe. Was passiert da? Ich lasse es mal kurz weiterlaufen. Er hat dann sich wieder gefangen, habe ich doch gewusst. Hier auf der Bushöhe. Hier. Und dann erst wieder auf der anderen Seite. So, jetzt können wir hier nicht, weil... Sehr gut, das funktioniert aber. Am Eingang. Dann hier noch. Dann um die Ecke rum. Das ist ja Blödsinn auch, dass der hier auch nach links fahren kann. Warte, das war... Das war aber kein richtiger Kreisverkehr, glaube ich, da vorher. War. War, ne? So ein bisschen Berliner Kram kommt immer mal durch. Ja, und dann hier an. Einrichtung und das Ganze jetzt nochmal zurück. Hey. Hier geht es noch aus, nicht richtig. Hier geht noch nicht zurück. Hier gehen die nur in eine Richtung. Macht ja auch Sinn. Wo fährt denn dann jetzt die Straßenbahn andersrum lang? Die Straßenbahn, die andersrum lang fährt. Die muss jetzt natürlich noch irgendwie von hier wieder wegkommen. Also fährt sie hier hoch. Hier rum. Na, ein bisschen höher muss ich schon noch. Straßenbahn kann nicht unter, unterirdisch fahren. Irgendwie das... ...kommt komisch. Ansonsten würde ich die jetzt einfach in den Untergrund schicken. Aber die fährt natürlich hier einmal um das Hangar rum. Kann hier schon mal wieder runterfahren. So. Fährt hier rum. Fährt wieder auf den Boden runter. Fährt da ran. Ha. Sehr gut. Hey, stell dir vor, ich würde Anarchie nicht haben. Ja, ich wäre aufgeschmissen. Könnt ihr jetzt also von hier nach hier fahren. Nach hier. Na, da machen wir den anderen Weg. Bisschen Abwechslung hier drin. Hier genau unter der Brücke. Die nächste Erweiterung, die ist die... Wann kam die? Im November kam die? Diese... ...Disaster-Erweiterung. Also, dass dann irgendwie Katastrophen über die Stadt kommen können und so weiter. Ich weiß nicht, was ich damit soll, weil ich werde es sowieso nicht spielen. Da habe ich kein Interesse dran. Das bei mir alles abfackelt. Und ansonsten finde ich leider keine Liste von so Kleinkram, der reingekommen ist. Vielleicht ist da irgendwas Cooles dabei, aber ich meine, die meisten Sachen gibt es halt auch irgendwie so als Mod dann so ähnlich. Habe ich das hier als Einbahnstraße gemacht? Ist ja auch schlau. Ne. Komm. Geht doch. Sieht doch gut aus. Jetzt gucken wir mal, wie der hier die Straßenbahn rausscheißt. Die sind natürlich auch in der Farbe gefärbt, in der die Linie ist. Alter. Schild mal eure Basis. So viele müssen nicht auf einmal losfahren. Als ob die nicht einfach auch so fahren können. Ne, können sie nicht. Das finde ich schon mal cool hier. So eine kleine Achterbahnfahrt kann man da auch mal mit bohren. Müssen sich hier ja auch wieder alle ein bisschen freuen. Na gut, wenn Regen ist, dann freuen sich immer nicht so viele. Hier haben wir jetzt Busse und Straßenbahnen. Wie viele an den Bussen stehen, ey. Boah. Reist nach Hause, reist nach Hause, geht nach Hause. Das tut mir halt leid, dass wir jetzt hier alles abreißen mussten. Aber das wird sich schon wieder neu bauen. Was? Es ist kalt. Es ist kalt. Nicht genügend Wärme. Cool. Wärme. Jetzt ist die Frage. Heizungsverbrauch 22 Megawatt. Das hier macht 120 und das hier 80. Das kostet 640 und das hier kostet 480, 55, 60. Strom, 180. Heizleistung, 120, 80. Ich habe keine Ahnung, was davon ich jetzt bauen soll. Das hier ist viel, viel kleiner. Eine Kesselstation. Die Kesselstation verbrennt zu Wärmeerzeugung und Öl. Und hier wahrscheinlich gar nichts. Aha. Pump Wärme aus der Tiefen hoch ist mir lieber, weil dann verbrennen wir nichts. Das hier macht bestimmt Verschmutzung. Ja, macht es. Und das hier nicht. Dann haben wir uns entschieden. Dann haben wir uns überlegen, wo wir den Schuppen hinstellen. Machen wir denn dafür Platz? Vielleicht hier oben? Oh, in die Richtung geht es. Wieso ist das denn? Ähm. Dann wollte ich bestimmt noch in die Richtung ausmachen. Das ist doch total blöd, dass das so rumsteht. Ich habe gerade ein bisschen überfragt. Wo stelle ich dorthin? Hier vorne ist Platz. Dann steht das da mit Anarchie. Können wir hier... Hier ein bisschen im Wald steht es. War ich hier noch nicht lang? Anscheinend bin ich hier nicht lang gegangen. So, äh, Heizungsrollen ist noch nicht verbunden. Gar kein Problem. Na. In beide Richtungen. So, jetzt haben wir halt viel zu viel Wärme hier. Oh, man sieht es. Alles hell geworden mit... Es wird geheizt oder es ist heizbar an der Stelle. Alles verbunden auch. Gehört zu Strom dazu. Irgendwie das Budget. Deswegen, naja. Warte. Zumindest hier, also wer bei 19 Grad schon anfängt zu heizen. Ja, der hat ja auch... Es hat ein bisschen regnerischer Tag. Da musst du dich gleich die Heizung anmachen. Wir haben bei 20 Grad. Gut. Gefällt mir, Straßenbahn fährt. Können wir hier... Wir können ja mal auf Linie modifizieren. Linie in Übersicht. Was ist denn alles hier? Hab ich hier noch nie gesehen. Aha. Kann man die Farbe festlegen. Guck mal eine an. Linie verbergen. Nee. Cool. Wusste ich gar nicht. Linie modifizieren. Oh, man kann sagen, wann die fährt und sowas. Nicht schlecht. Ich würde eigentlich hier nur folgen. Wie weit sind wir denn? Eigentlich schon fertig. Fertig. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.